Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! A passage to India. Damit war ursprünglich die Schiffsroute gemeint, mit der im 15. Jahrhundert Vasco di Gama aufgebrochen ist. Heute ist dies der anschauliche Name eines DAD-Förderprogramms. Und wir haben es gehört, im 21. Jahrhundert reisen wir nicht mehr mit dem Segelschiff, sondern – die Beispiele waren ja viele – wir finanzieren Stipendien für Studierende und Wissenschaftler, wir fördern bilaterale Kontakte in Wissenschaft und Wirtschaft, wir fördern das Deutsche Wissenschaftshaus und engagieren uns in der Berufsbildung. Warum sind internationale Kooperationen gerade in Bildung, Wissenschaft und Forschung so wichtig? Und gerade und besonders mit aufsteigenden Wissenschaftsnationen wie Indien. Am Ende der Debatte will ich versuchen, das etwas grundsätzlicher zu beantworten oder zusammenzufassen. Drei Gedanken. Erstens, Kollege Schulz hat es gerade schon als Binsenweisheit angekündigt, aber man kann es nicht genug und häufig genug wiederholen. Wissenschaft lebt vom Austausch verschiedener Denkweisen und neuer Ideen. Wissenschaftlicher Fortschritt und echte Spitzenforschung sind überhaupt nur möglich, wenn sie international aufgestellt sind. Und nur wer sich mit Neugier auf die Reise über nationale Grenzen hinaus begibt, gelangt zu Spitzenergebnissen. Mit zunehmender Globalisierung findet Wissenschaft aber auch in einer zunehmenden Dualität statt. Der Wettstreit um innovative Ideen erfolgt auf der einen Seite in Konkurrenz und auf der anderen Seite in Kooperation zwischen den Nationen der Welt. Und gute Wissenschaftspolitik tut gut daran, dazwischen eine Balance zu suchen. Und so wollen wir unseren Wissenschaftsstandort hier bei uns stärken und müssen gerade deswegen immer nach neuen Partnern für internationale Zusammenarbeit suchen. Ein zweiter Gedanke. Internationaler Austausch ist so wichtig, weil er nicht nur zur akademischen Qualifikation, sondern zur Persönlichkeitsbildung insgesamt beiträgt. Wir wissen, dass Studierende nach Auslandsaufenthalten offener sind für weitere neue Erfahrungen. Altruismus, Vertrauen und Entgegenkommen sind bei ihnen stärker ausgeprägt. Sie haben in dieser Zeit nicht nur länderspezifische Kompetenzen erworben, sondern sind junge Menschen, die gelernt haben, mit Gegensätzen umzugehen. Gegensätze, die einem begegnen, wenn Kulturen, Traditionen, Werte in einer globalisierten Welt aufeinandertreffen. Oder man kann auch sagen, es sind junge Menschen, die Differenzerfahrung gemacht haben. Das heißt, die ihre eigene Herkunft auch von einer Außenperspektive betrachtet haben, ihre eigenen Sichtweisen infrage stellen lassen und den Dialog mit anderen dann hoffentlich respektvoller führen können. An Bord unseres Schiffes heute brauchen wir mehr denn je eine solche Mannschaft, die in einem globalen Horizont denken und handeln kann. Und umgekehrt, viele der Deutschlandalumni von DAAD oder Humboldt besetzen heute Schlüsselpositionen in Verwaltung und Wissenschaft ihrer Heimatländer. Und das ist natürlich auch ein gutes Potenzial für tragfähige Zusammenarbeit. Darum ist es so wichtig, wenn das Programm A New Passage to India fortgeführt wird, mit dem das Interesse auf beiden Seiten, in Indien und Deutschland ja erst mal gerade besonders gefördert wurde, mit dem wir Brücken bauen zwischen Deutschland und Indien. Und drittens, auch das nochmal zusammenfassend, wir wissen es alle, Wissenschaft spielt bei der Formulierung zukunftsfähiger Lösungen für unsere Welt eine zentrale Rolle. Und Antworten auf die globalen Herausforderungen können wir nur in internationaler Zusammenarbeit und gemeinsamer Verantwortung finden. Das Ziel der Reise ist damit klar. Es geht nicht um einen Nord-Süd-Transfer von wissenschaftlichem Know-how, nicht um Nachhilfe, nein, es geht um gemeinsamen Erkenntnisgewinn. Internationale Forschungskooperation, das ist nicht reiner Eigennutz, aber auch nicht uneigennützige Aufbauhilfe für andere, sondern hier geht es um gemeinsamen Nutzen für alle. Wir brauchen Natur- und ingenieurwissenschaftliche Forschung für die drängenden Probleme. Stichworte sind gefallen. Das geht von A wie Abfallwirtschaft über erneuerbare Energien und hört bei nachhaltiger Stadtentwicklung noch lange nicht auf. Mir ist aber wichtig zu betonen, wir brauchen auch und gerade die Geisteswissenschaften. Sie sind wichtig, denn sie deuten die Herkunft aus, bieten Orientierung, reflektieren Kriterien und Maßstäbe von Modernisierungsprozessen. Darum begrüße ich ausdrücklich und ganz besonders das deutsch-indische Projekt des Merian Tagore Centers für Sozial- und Geisteswissenschaftliche Forschung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Antrag heute zeigt, wir segeln auf der New Passage mit einem seetüchtigen Schiff, einer starken Mannschaft und viel Proviant. Aber mit unserem Antrag heute wollen wir unsere Segel noch stärker am Wind ausrichten. Vielen Dank.